Untertitelung im Auftrag des ZDF Es ist gerade schlecht, ich sitze im Auto. Ich rufe dich später zurück. Und du Arschloch, du. Ich weiß nämlich alles. Und ich sage deiner Frau alles. Und du sollst einmal zum Schreiben anfangen. Ebenhin sind wir schon zwei Wochen hier. Wir sind gestern angekommen. Sag, spinnst du? Ja, ich spinne. In wem redest du? Die hat genauso Ausstand wie die in unserem Haus. Über uns im dritten Stau. Könne ich nichts mehr. Nichts stimmt. Du lügst und bedrückst. Die Katze. Wie kommst denn du daher? Redest du? Nein. Wo bin ich? Na, hier. Wo ist hier? 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 Vielen Dank.